Alter, ist die Krähe da frech. Was ihr vielleicht schon gesehen haben könntet, ich weiß nicht so ganz, wann YouTube mir das Video freigibt, deswegen kann es auch sein, dass das Video erst nach dem Video rauskommt, was ich ja jetzt anspreche, aber ich habe nämlich gestern ein Video mit dem guten Maddog zusammen gemacht, das Ganze lädt er für mich voraussichtlich morgen, für euch eventuell auch, aber vielleicht auch hat es schon hochgeladen. Das finde ich, fand ich tatsächlich sehr interessant und würde ich euch auch ans Herz legen, euch das mal anzuschauen. Aber ja, was habe ich heute mit euch vor? Und zwar, wir schauen uns heute mal ein paar, ja, mal wieder was Aktuelleres an. In letzter Zeit sind wir ja ziemlich viel in der Vergangenheit unterwegs gewesen, haben uns durch die Classics gebahnt, durch den dichten Urwald, sind auch nicht großartig weitergekommen, weil da gibt es ja sehr viel. Haben uns diverse Discord-Leaks angehört oder so, ihr wisst alle, was ich meine. Ja, und wir haben das Aktuelle so ein bisschen, ja, haben wir vergessen und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns mal ein bisschen was aus seinen Streams an, was ich halt finde, was da sehr großartig war, was auf jeden Fall eine Reaction wert ist. Und zwar, ich habe da nämlich einen Kanal gefunden, ich weiß, bei dem habe ich schon mal auf ein Video reacted, aber das möchte ich jetzt nochmal so mehr oder weniger offiziell ankündigen, denn es handelt sich hier um den guten Lügenlord. Den findet ihr bei mir auch in der Videobeschreibung, sowie den Link zu dem Video, was wir uns jetzt vornehmen. Und zwar, als ich so geguckt habe, worauf hätte ich Bock, was könnte ich heute reacten, wo hätte ich Spaß dran, wo hättet ihr auch Spaß dran, da ist mir dann ein Video vor die Augen gekommen, das hieß, Drachenlord liebt mich so, wie ich bin. Ich würde sagen, das schauen wir uns an. Ich bin nämlich sehr gespannt, was da jetzt gleich passiert, ich habe es mir noch nicht angeguckt, es ist also auch für mich vollkommen blind. Und da ich sowieso die Geschehnisse in den letzten Tagen gerade in seinen Livestreams nicht wirklich verfolgt habe, ich bin gespannt, was da so kommen mag. Würde ich sagen, rein ins Video, Feuer frei und Film ab. Wieder online. Ist mein erster Stream heute, Dankeschön. Was machst du heute noch? Schlafen gehen. Und noch ein paar Erwachsenen-Experimente Vorm Schlafen gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an seiner Aufnahme liegt, warum das Ganze jetzt so ein bisschen asynchron ist, es könnte aber auch an Reines Internetverbindung liegen, weiß ich gerade tatsächlich nicht so. Aber natürlich auch wieder eine sehr passende Aussage, ja, was machst du heute? Ja, noch ein paar Erwachsenen-Experimente. Wir alle wissen, was damit gemeint ist, und zwar die, ja, die sündhafte Selbstbefleckung. Was anderes wird bei ihm ja wohl kaum eintreffen. Ja, ich bin widerlich, ich weiß. Schön, dass du es einsiehst. Muss ich es ja nicht sagen, Reini. Einer der Gründe, warum ich mich gerne, äh, warum ich mich gerne in meinen Schnauzern so stehen lasse, ich habe das Gefühl, das macht mir ein Gesicht schlanger. So wirklich immer so. Reiner, 100 Kilo weniger würden dein Gesicht eventuell schlanker machen. Wir erinnern uns alle an diese Bilder mit dem Schnauzbart. Wartet mal, ich, ich gucke mal, ob ich da was für euch finde. Ich habe tatsächlich was für euch gefunden, und zwar aus dem Video nach den, nach der Cola-Bärchen-Aktion, was wir uns ja auch schon einmal zusammen angeguckt haben. Ich mache euch da einmal hier jetzt mal das, äh, Bild weg. So. Ich weiß nicht, ob man es sonderlich gut erkennen kann, aber da hatte er diesen Porno-Balken, den er sich da hat, stehen lassen, wo sie halt sagte, das findet sie richtig, richtig geil oder sowas, ne, aber Ja, er sieht einfach nur lächerlich aus. Also, ich finde tatsächlich, wenn Rainer so mehr oder weniger so ein Vollbart hat, sowas Richtiges ist das ja bei ihm auch nicht, dann sieht das vielleicht nochmal ganz okay aus, und es schmeichelt so ein bisschen dem, den Ausmaß seines Gesichtes. Das ist richtig. Allerdings nur ein Schnauzer, ich weiß nicht, weil Rainers Problemzone ist an sich nicht unter der Nase, sondern, ja, halt drumherum. Aber genug mit diesem Exkurs, wir machen einfach mal weiter. Soviel zum Thema Schnauzer. Weil, gucken wir uns ihn doch mal an hier. Das hier alles ist doch Problemzone, das hier alles außenrum. Das hier in der Mitte, das ist doch, das ist doch egal. Also, wenn da jetzt so ein, so ein Balken ist, das, das stört doch keinen, sag ich mal. Beziehungsweise, es ändert nichts am Erscheinungsbild, außer, dass er dann halt lächerlich aussieht. Das hier außen drumherum muss doch weg. Beziehungsweise, das könnte so ein, ja, so ein Vollbart, könnte das ja so leicht kaschieren. So, übergewichtig fit. Mach den Mund zu, Reini. Mach den Mund zu, oder ich bring dich dazu. Und dann kriegst du ihn aber nicht mehr auf. Aber dann ist auch meine Rolle Panzertape hier leer, also, ich hab grad irgendwie den Faden verloren. Kann man ja sagen, wie ich weitermachen wollte? ha ha, bin dir. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Das ist nochmal bei dir, möchte ich mein Geld zurück. Dann klär das bitte mit TikTok. Bist doch eh ganz schlank. Das halte ich für eine Lüge. Also, wer auch immer das geschrieben hat, der trollt doch. Und das mit dem Geld zurück, ich bin dafür, man sollte Reiner erst, gar nicht erst Geld geben. Weil dann kann man's halt, dann braucht man's nicht mehr zurückverlangen, weil man wird ja am Ende eh enttäuscht. Ich bin 190 Kilo schlank, hast recht. Ja, leg mal lieber noch 50 drauf. So ein Zentner mehr wiegst du, glaube ich, schon noch rein hier. Also, ich glaub nicht, dass du unter 200 Kilo wiegst. Ich glaub, es geht tatsächlich schon eher in die Richtung Vierteltonne. Und dann ist das tatsächlich nicht mal mehr irgendwie so ne Übertreibung, weil er einfach dick ist, sondern dann ist es ne Tatsache. Dann wiegt der einfach ne Vierteltonne. Ich bin, ich bin nicht fett. Ja. Ich bin nur zu klein für mein Gewicht. Rainer, damit du groß genug für dein Gewicht wärst, müsstest du mindestens drei Meter groß sein. Ich kenn nicht einen Menschen, der ansatzweise so groß ist. Sache, arbeite an deinem Körper. Du könntest so gut aussehen. Ach komm, du trollst doch. Rainer und gut aussehen, also wir wissen ja, wie er damals auch aussah. Wo er halt noch nicht so in diesem Ausmaß übergewichtig war. Wo er halt wirklich nur so ein bisschen, ja, so ein bisschen dick war an sich. Er war ja an sich schon immer dick. Also, schon damals auch als Kind. Er war halt immer so ein, ja, etwas dickliches Kind. Und als Erwachsener, er war dann halt schon so in diesem Grad, wo man sagt, das ist adipös. Aber halt, wo es noch so ein Zurück gibt, beziehungsweise, ja, wo er halt, ich sag mal, noch nicht so doll aus der Norm fällt. Wo er noch damit theoretisch hätte leben können. Jetzt hat das Ganze ja komplett andere Ausmaße. Also, ich glaube, eine Hose von Rainer heute würde dem Rainer von damals, da würden zwei von reinpassen. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf. So bin ich auch noch nicht geworden. Du könntest so gut aussehen, arbeite an dir. Boah, so beleidigt hat mich auch noch keiner. Interessant. Ja, Rainer, du könntest vielleicht ganz gut aussehen, wenn du ein anderer Mensch wärst. Also, das, das habe ich auch zum ersten, also, so eine Bedeutung habe ich auch zum ersten Mal gehabt. Krass. Keine Bedeutung. Naja, also, freundlich war das auch nicht. Kannst du mit jemandem, den du supportest, ein Match machen? Wenn die Person live gehen kann und mit mir live gehen kann, dann kann ich mit jedem matchen eigentlich. Lass. Ja, Rainer will aber keiner sehen. Niemand will sehen, wie du da um Barne bettelst. Ich meine, Achtung, hier kommen gleich Füchse angeflogen oder so. Oder es regnet Rosen. Rainer, das ist einfach so cringe, ganz ehrlich. Und, also an sich, du hast deine Dully-Plattform mit TikTok gefunden. Ich finde das halt bloß irgendwie halt auch verwerflich, weil TikTok wird halt hauptsächlich vom Minderjährigen genutzt. Denn das, ich sag mal, Durchschnittsklientel mit 73%, das bilden die 16- bis 19-Jährigen. Die sind zwar an sich schon irgendwie geschäftsfähig oder so, aber trotzdem, denen fehlt halt manchmal der Einblick auch in die gesamte Materie. und gerade durch das Bezahlsystem bei TikTok, wo man halt erst eine Währung in eine andere umtauschen muss, um damit dann wieder irgendwas zu kaufen, diese komischen Geschenke oder sowas, es ist einfach so, der Nutzer verliert den Überblick dafür, wie viel Geld er da gerade ausgibt, beziehungsweise wie viel Geld er in diese Geschenke da investiert. Und das ist halt generell für minderjährige Nutzer ist das halt gefährlich, gerade für sich in der Pubertät Befindende, denn die verlieren dann nochmal schneller den Überblick und das Alter bei TikTok, das muss ja nicht echt sein, denn TikTok ist ja auch, glaube ich, offiziell erst, glaube ich, ab 12 oder 13, haben die gesagt, aber wer sagt denn, dass da nicht noch Jüngere rumlaufen? Man muss sich da nirgendwo verifizieren oder so, man muss nur sagen, man ist älter als 12 oder 13 und fertig, man ist dann da drinne und jemand, der halt noch jünger ist als 16 zum Beispiel, so ein 14, 15-Jähriger, der ist damit doch komplett überfordert, beziehungsweise der verliert dann halt noch schneller den Zusammenhang zwischen dem, was er für TikTok ausgibt und für was für einen Wert er da irgendwelche Sachen verschenkt. Das ist einfach verdammt gefährlich und Rainer profitiert halt davon. Das, finde ich, macht es halt nochmal verwerflicher, aber da muss ich halt jetzt mal, ich will es nicht sagen, zugunsten von Rainer sprechen, aber es ist halt etwas, das macht auf dieser Schmutzplattform leider jeder. Jeder von den Streamern da irgendwie, die betteln einfach nur noch. Da ist nix mit Content, nichts mit irgendwie Community, sondern einfach nur, ja, spendet mir Geschenke und sowas, wir müssen das Event schaffen, danke für die Rosen, danke für die ganzen Geschenke und sowas. Es wird einfach quasi psychischer, ja, nicht psychischer Druck, aber irgendwie doch, es ist eine Form von psychischer Erpressung, wenn man so möchte, was da in diesen Streams gemacht wird und das halt auch mit vor allem Minderjährigen. Denen wird vorgespielt, dass im Falle Rainer jetzt zum Beispiel, dass Rainer der arme Obdachlose ist, der aufgrund von den bösen Hatern, die, ja, für die er nichts kann, weil er ist ja eigentlich der liebste Mensch der Welt und so, dass er wegen denen alles verloren hat und dass er halt quasi nichts ist, ohne die Spenden, die er bekommt. Dadurch hebt er künstlich das Gegenüber, also den Konsumenten des Streams, auf ein höheres Level als ihn selber und er schafft da quasi diesen moralischen Zwiespalt in der Person, dass die Person denkt, ja, ich hab ja, ich sag mal in Anführungszeichen genug Geld, ich kann dem ja mal was spenden. und dadurch, dass das halt dann auch noch über diverse Umleitungen gemacht wird, hab ich ja schon gesagt, die, ja, dieses Verschleiern von Transaktionen, will ich's jetzt einfach mal sagen, beziehungsweise das Verschleiern des eigentlichen Gegenwertes, was man da verschickt, ich weiß zum Beispiel nicht, wie viel so eine Galaxie wert ist und ich hab mich damit beschäftigt. Ich hab da tatsächlich mal kurz reingeguckt, was das Ganze kostet und ich muss sagen, ich hab den Überblick verloren. Das ist das, was halt so gefährlich an diesen TikTok-Spenden Scheiße ist da und was sich halt auch Rainer mit zunutze macht. Bei Rainer ist es halt eher unwissentlich, er sieht halt nur, wenn er das macht, dann gibt's, dann gibt's Bahne, dann gibt's Kohlen und dann macht er das natürlich auch weiter. Aber andere Streamer, die machen das ja wirklich mit System. Deren System ist quasi in Anführungszeichen Kinder auszunehmen. Und deswegen finde ich jetzt diese Plattform einfach nur eine Schmutzplattform. Zumindest was die Livestreams angeht. Über die Kurzvideos da und so, weiß ich nicht, kann man drüber streiten, aber die Livestreams auf jeden Fall, das ist etwas, geht absolut nicht und sollte eigentlich illegal sein. ihn doch, wenn er sich wohlfühlt, doch alles in Ordnung. Also Leute, ich sag euch was, ne? Wer mich nicht so liebt, wie ich bin, der kann mir... Hier, ich. Ich lieb dich nicht so, wie du bist. Du solltest dich dringend ändern, Reini, und das seh nicht nur ich so, das sehen ganz viele andere auch so. Du bist der Einzige, der meint, dass du perfekt bist, wie du bist. Na Gott sei Dank, Reini, dann bitte ich ja schon mal raus aus dem Schneider. Aber ich möchte trotzdem die Penthouse Suite in deinem Kopf haben, und zwar mietfrei. Die möchte ich schon noch haben, aber darüber hinaus ist mir das egal. So ist es einfach mal. Ihr könnt nicht hergehen und könnt sagen, ja, das muss so und so sein oder so und so sagen oder du siehst so und so aus, also bist du so und so. Interessiert mich nicht. Ich bin ich, ja, und wer mich nicht so akzeptiert oder liebt oder mag, wie ich bin, der kann mir gestohlen bleiben. Darum sage ich die ganze Zeit zu den Hatern, ja, Leute, ihr braucht mich nicht zu verfolgen, ihr braucht meine Videos nicht zu schauen, ihr braucht meine Streams nicht zu schauen, ihr braucht mich nicht so zu akzeptieren, wie ich bin. Wenn ihr mich nicht mögt, dann geht mir aus dem Weg. So wie ich euch aus dem Weg gehe oder versuche ich... Rainer, du hast mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe. Wenn ich dich nicht mag, dann kann ich mich ja trotzdem mit dir beschäftigen, um zum Beispiel aufzuzeigen, was du für ein Mensch bist und was du auch für ein Mensch warst, was du getan hast. Warum man dich eventuell nicht mögen kann. Aber soweit denkst du halt wieder nicht. Du willst dich halt nur in deinem eigenen, ja, Siegeslicht sehen, dass du der unbesiegte Drachenlord bist und, ja, du willst dir deine eigene Echokammer erschaffen. Und außerdem, Rainer bezieht das hier wieder auf sein Äußeres. Ja, die mögen mich nicht, weil ich dick bin oder weil ich vielleicht nicht so gut aussehe oder sowas. Rainer, das hat doch niemand gesagt. Ich meine, klar, ein, zwei Leute, die hänseln dich damit so ein bisschen, na ja, der ist ein wenig dick, 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 ne? Aber halt nur, weil du drauf anspringst. Es ist quasi, es ist ein gratis Trigger. Da muss man nicht großartig nachdenken, wenn man dich zum Ausrasten bringen will. Man muss einfach nur sagen, dass du dick bist. Fertig. Mission erfolgreich, sag ich mal. Da musste man sich nicht irgendwas ausdenken oder sonderlich kreativ werden, sondern das reicht einfach. Das funktioniert bei dir einfach so gut. Aber deswegen mag man dich ja nicht. Es liegt halt daran, weil du bist, wie du nun mal bist, weil du halt wirklich ein schlechter Mensch bist. Du bist narzisstisch, bist egozentrisch, siehst nur dich alleine auf der Welt, wenn nicht sogar im ganzen Universum. Du nimmst keine Rücksicht auf andere. Du gehst mit dem Eigentum von anderen. Ja, schlampig ist gar kein Ausdruck mehr. Du gehst damit nicht angemessen um. Ich sag nur, ne, die E-Scooter oder auch das Haus, als es ihm nicht mehr gehörte. Hat er es auch verkommen lassen, weil war ja nicht mehr sein Problem. Reinhard, das macht kein guter Mensch. Und ich glaube, wenn du ein guter Mensch wärst, wenn du dich so verhalten würdest, dann hättest du viel weniger Probleme heute. Dann hättest du vielleicht sogar ein Dach über dem Kopf und einen Job. ruhig aus dem Weg zu gehen, wenn ihr mir nicht passt. Im Internet gehe ich euch Hatern seit mittlerweile acht Jahren oder sieben Jahren so gut fast immer erfolgreich aus dem Weg. Fast immer. Die einzigen, denen ich... Ja, Rainer, dafür sind aber ziemlich viele Wohnungen in deinem Kopf dauerbelegt und das mietfrei. Ne, ich sag nur RBS, Ofi, Hank, Mimon, die wohnen doch bei dir mietfrei im Kopf drin. Aber du beschäftigst dich ja nicht mit den Hatern. Dass du dich vielleicht nicht mit mir beschäftigst, schmeichelt mir. Weil deine Aufmerksamkeit brauche ich nicht, ganz ehrlich. Ich stehe zwar auf Winklers Liste drauf, aber muss ja nicht heißen, dass er zwingend irgendwas mal von mir gesehen hat. Wenn ich nicht aus dem Weg gehen kann, es sind die Leute, die hier reinkommen und die blockiere ich den Großteil immer. Ja, aber Leute, die sich nicht meiden lassen oder wollen, es ist doch nicht mein Problem, wenn mein Gesicht euch nicht gefällt. Ja, Rainer, du hast es nicht verstanden. Du wirst nicht von tausenden Menschen gehasst, weil du ein hässliches Gesicht hast. Rainer, es gibt tatsächlich Leute, die sehen noch schlimmer aus als du. Und das meine ich jetzt halt, das meine ich wirklich ernst. Es gibt Leute, die sehen halt wirklich noch schlimmer aus als Rainer. Die werden doch auch nicht so verfolgt wie du. Die werden doch auch nicht, ja, wie du es jetzt nennen würdest, quer durch Deutschland gejagt. Das liegt vielleicht daran, weil du dich halt wirklich verhältst wie eine absolute Drecksau. Ich könnte jetzt hier schlimmere Wörter finden, aber ich glaube, dann würdet ihr keine Videos mehr von mir finden. Dann würde YouTube mich wirklich rausschmeißen und das in hohem Bogen. Ich würde sagen, bevor ich mich hier wieder um Kopf und Kragen rede, wir machen einfach weiter. Erstmal kurz durchatmen und weiter geht's. So, Leute, es ist knapp vor 22 Uhr, ich würde jetzt den Stream mal beenden. mich würde jetzt interessieren, wer von euch da gehen muss. Denn es ist ja erwiesen, dass man bei Menschen oder bei, teilweise sogar auch bei Tieren, zu denen man Sympathie hat, dass man dann mitgehen muss, wenn die gehen. Ich merke das zum Beispiel bei meinem Hund, wenn der geht, dann muss ich auch gehen. Aber bei Rainer, ich musste noch nie gehen, weil Rainer vorher gegehnt hat. Also, Rainers Gehen steckt mich nicht an. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn null sympathisch finde. Ich hoffe, euch geht's da ähnlich. Oh, ich bin echt müde, ey. Tut mir leid. Nee, Rainer, du hast einfach nur gleich deine Pflichtstunde erfüllt und dann heißt's wieder Metal Off, ne? Das war natürlich bis des Rests egal. Ruler, Dankeschön. Danke, vielen, vielen Dank. Haut dir hier in letzter Sekunde noch was raus, Alter. Vielen, vielen Dank. Warte noch bis Punkt 22. Ja, und dann? Das ist... Ja, Rainer, so gehst du mit deinen Fans um. Die fragen dich so, ja, machst du dann wenigstens noch bis 22 Uhr? Dass du einen runden Abschluss machst oder sowas, ne? Rainers Reaktion? Na und dann? Weser hab ich denn davon? Und dieser Mensch wundert sich, dass er nicht gemocht wird. Dieser Mensch wundert sich, dass er gehasst wird. Und das, ja, dass er... Komm, nee. Mit den Zähnen. Was für mit meinen Zähnen sein? Er ist hart, scharf und ziemlich heftig. Voller Zahnbelag und schon innerlich tot. Sieht man ja. Ne, Bugs Bunny? Ach, Leute, ich platz hier gleich. Ich bin so fertig gerade. Ich möchte mich nur noch hinlegen und schlafen. Rainer, wovon musst du dich denn ausruhen? Was hast du denn den ganzen Tag so schweres gearbeitet, dass du jetzt so müde bist und ja, eigentlich sogar noch im Stream einschlafen könntest? Es ist schwarz. Meine Zähne sind schwarz. Ja, Rainer, deine Zähne sind schwarz. Zum Teil. Es ist nur noch an ganz wenigen Stellen zu erkennen, dass es mal weiße Zähne waren oder dass sie eigentlich mal so weiß sein sollten. Aber das kommt halt davon, wenn man sich über Jahre lang nicht die Zähne putzt und sich im Hotelzimmer irgendwelche Backenzähne rauszieht. Das ist auch so eine Story. Fällt mir gerade ganz spontan jetzt ein. Rainer, gesunde Zähne, die zieht man sich nicht einfach so raus. Da muss doch schon irgendwas dann gewesen sein. Schlaf gut. Ja, das werde ich jetzt nicht machen. Ich meine, der ist als Motivation auch wegen deiner Gesundheit. Um meine Gesundheit braucht ihr euch nicht zu sorgen. Ich habe gute, ich habe perfekte Blutwerte zur Zeit, Leute. Also ganz ehrlich, macht euch mal um mich keine Sorgen. Rainer, das glaube ich dir nicht. Den Arzt, der dir attestiert, dass du perfekte Werte hast, den will ich sehen. Der schreibt mir, glaube ich, auch Krankenscheine, obwohl ich kerngesund bin. Das bestimmt so einer. Geschweige denn, wenn das überhaupt ein richtiger Arzt ist und du nicht bei irgendeinem Wunderheiler warst oder so, zum Beispiel beim Kristalldulli oder sowas, der würde dir vielleicht sagen, ja, du hast gute Werte. Das würde ich ihm zumindest zutrauen, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe gar nichts gemacht eigentlich. Ich weiß selber nicht, warum ich so müde bin. Ich bin einfach K.O. Ja, von was, Rainer? Zwei Treppenstufen hoch wongeln? Also Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, euer Drache. Mist, weg damit. Und haut rein. Tschüss, tschüss. Na, Gott sei Dank. Aber Leute, ihr habt Glück, ich habe gute Laune. Aber das war schon wieder, das war wieder ein Ding für sich. Also, muss man echt aufpassen, dass man hier nicht, dass man hier nicht komplett eskaliert. Ich meine, so ein bisschen ist ja vielleicht auch ganz lustig, aber irgendwann hört es dann auch auf. Meine Fresse. Aber ich würde sagen, eins machen wir noch. Ich suche mal noch was Schönes raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da bin ich wieder. Für euch war es jetzt ganz kurz, für mich auch zwei Minuten oder so. Aber mir ist beim Lügenlord auf dem Kanal gleich wieder ein neues Video aufgefallen. Gut, ist auch schon vier Tage her, aber ist egal. Und zwar, der Titel, den finde ich tatsächlich ziemlich interessant. Drachenlordband Zuschauer, weil sie falsch spenden. Ich weiß tatsächlich nicht, worum es geht. Sowas ist mir tatsächlich auch, habe ich noch nichts von gehört, dass es passiert ist. Ich bin gespannt. Ich schaue mir das jetzt mal an. You want to play one match? Äh, sorry, I'm speak only German. Äh, He learns languages with an extreme speed. And has a brain-schaden. Äh, was heißt Schaden auf Englisch? Kann mir das mal wer sagen? You speak, äh, you want to play? Willst du spielen in a match? Sorry. Und damit war er weg. Und zweitens, ähm, ja, das ist halt einfach doof, wenn man, wenn man kein Deutsch spricht. Er kann ja Deutsch. Er hat, ja, ich glaube nicht, dass er wirklich Deutsch konnte. Er hat jetzt halt einen Satz auf Deutsch gehabt. So wie ich halt auch. Äh, sorry, I'm can only German. I speak only German. Äh, oder so ein paar Kleinigkeiten halt. So. Rainer ist I don't speak English. Ist das vielleicht einfacher als I only speak German? Weiß ich nicht. Also, Rainer macht sich auch wieder kompliziert. Ich bin halt immer sehr vorsichtig, was die Leute so machen, wisst ihr? Wenn die Leute... Ja, Rainer, nur weil damals das mit Boneclings passiert ist, ne, könnte ich glatt wetten, dass du nur deswegen mit niemandem streamst, der halt nicht Deutsch spricht. Könnte ich glatt drum wetten, dass ihm das immer noch im Kopf rumsprudelt. Leute, ähm, wenn die Leute, äh, wie sagt man? Komm zum Punkt rein. Hier, du fängst den Satz jetzt schon zum zweiten Mal an. Und jetzt so die letzten Sekunden. Das ist eigentlich das, woraus seine Streams jetzt in letzter Zeit eigentlich nur noch bestehen. Irgendwo komisch reingucken, schwer atmen, sich vielleicht mal für Geschenke bedanken oder sowas. Aber mehr passiert doch da nicht. Und ich weiß nicht, das kann man nicht reacten. Da wird man doch doof bei. Ganz ehrlich. Da wird man, da wird man doch dümmer bei als Rainer. Und das einfach nur, weil sämtliche Gehirnzellen dabei Selbstmord begehen. ist ja nicht das erste Mal passiert, Rainer. Es passiert ja doch ständig, dass du einen Faden verlierst. Leute, was soll das eigentlich werden? Tut mir mal bitte den Gefallen und schickt mir bitte immer nur ein Geschenk. Wenn ihr mehrere Sachen schicken wollt, bitte halt mir einfach das eine Geschenk. Weil das spamt hier den ganzen Shit gerade voll. Und das ist nicht schön, weil da kann ich kaum was lesen. Warum wirst du dir... Rainer, anstelle, dass du vielleicht mal dankbar dafür bist, dass sie dir überhaupt was schenken, ne, flaumst du dir jetzt halt mal wieder an. Was soll denn das? Du wunderst dich echt, dass du gehasst wirst? Ich hau nicht die Ausländer raus. Ich schmeiß Leute, ich schmeiß überhaupt niemanden raus. Ne doch, Rainer, hast du doch gerade getan. Ich schmeiß, äh, ich, ich gehe aus Chats raus, wo ich kein Deutsch sprechen kann, weil ich mit den Leuten nicht mich unterhalten kann. Deswegen gehe ich da raus. Na Rainer, du könntest ja trotzdem auf Deutsch reden. Ob er dich versteht, das interessiert dich doch am allerwenigsten. Dir ist das doch egal. Na wohl, hm. Dem kann Rainer dann halt nicht sein Leid klagen und die Schallplatte kann er halt nicht abspielen, weil er die halt nur auf Deutsch hat. Die englische Version ist, glaube ich, noch nicht rausgekommen, aber ich halte mal die Augen offen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute nicht aus Deutschland kommen. Leute, ich sag's jetzt nur ein einziges Mal, also hört mir genau zu. Es gibt keine Ausländer. Wir sind alle vom gleichen Planeten. In meinen Augen ist es scheißegal, ob jemand aus Russland, aus China, aus Japan, aus Amerika oder sonst woher kommt. Oh, Leute, da hab ich ne geile Idee. Warum sollte ich rüberkommen, du Spaß? Was? Komm doch du rüber, du Hurensohn. Dann hast du hauptsächlich die Hurensohn. Du Hurensohn. Du Spaß. Nein, nein, das ist echt. Du solltest vielleicht lieber in dein Land zurückgehen, bevor du anderen Leuten auf den Sack gehst, Alter. Ich bin hier in meinem Land. An Scheiß bist du. Ich seh doch bis hierher, ob du typisch in der Vorform hast. Hey, was? Bitte? Wir sollen das alle machen oder eins machen. Sonst ziehen wir das und rein in die Fresse auf und weißt den Ding manchmal gehen zu können. Ich würde sagen, an dieser Stelle, was zu beweisen war. Wir kommen alle vom gleichen Planeten. Interessiert mich nicht, welche Sprache jemand spricht. Interessiert mich nicht, wo jemand herkommt. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Egal, ob er jetzt irgendwo in Afrika im Busch lebt, ob er jetzt in Amerikaner in irgendeinem Hochhaus lebt oder in Deutschland auf dem Feld oder in Berlin oder sonst wo. Das interessiert mich einen Scheißdreck. Na, Rainer, haben wir ja gerade gesehen. Interessiert mich nicht. Hat mich auch nie interessiert. Wir sind alle Menschen vom gleichen Planeten. Punkt. Es sei denn, ihr seid Hater. Dann seid ihr keine Menschen. So viel muss gesagt werden. Na, Rainer, das denkst du doch so. So. Ähm. Da das jetzt nicht gelassen wird, machen wir es jetzt anders. Ich, äh, mach sowas sehr ungern, weil es gleich wieder heißt, dass ich arrogant bin. Aber, äh. Na, Rainer, das würde es auch ohne heißen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt vorhast, aber ich werde es gleich sehen. Äh, ich mute jetzt mal die Leute, die hier alle immer nur eine, eine, eine Sache raushauen für dauerhaft. Weil ich kann den Chat nicht lesen. Äh, und wenn ihr immer die Sachen spamt, dann kann ich leider nicht, äh, mich auf den Chat konzentrieren. Also bitte. Wenn ihr... Na bitte, liebe Drachis, alle Leute, die ihn unterstützen, sobald ihr ihm Geld schenkt, werdet ihr von ihm stumm geschalten. Wobei ich ihm tatsächlich zutraue, dass er die Stummschalttaste mit dem Bannhammer verwechselt und man dann halt gebannt wird, weil man ihm Geld gespendet hat. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Und sei mal ganz ehrlich, auf den Chat kannst du doch verzichten, kannst doch eh nicht lesen. Wenn ihr mehrere Sachen schicken wollt, ich freu mich satirisch drüber und ich will auch nicht arrogant oder egoistisch oder sonst was rüberkommen. Ich freu mich, wenn ihr mich unterstützen wollt, aber tut mir... Na scheinbar nicht, Rainer, sonst würdest du die Leute nicht stummen. Wenn ihr den Gefallen und schickt er halt bitte mehrere Sachen einmal, äh, eine Sache mehrmals als mehrere Sachen einmal. Weil das, äh, macht mir den ganzen Schritt kaputt gerade. Da machen die doch gar nichts falsch, wenn sie das machen sollen, wenn sie dir eine Sache mehrfach spenden sollen. Da machen die doch gar nichts falsch, wenn die dir zum Beispiel 50 Rosen spenden. Rainer, was willst du jetzt von denen? So, vielen lieben Dank. Wäre schön, wenn ihr euch daran haltet. Äh, du redest wie ein Löwe. Dankeschön. Obwohl ich nicht weiß, ob das jetzt ein Ding war. Okay, NK, ich hab dich jetzt gerade gewarnt gehabt. Ich warne dich jetzt noch ein zweites Mal. Ich hab auch gerade schon, äh, ein Ding verwarnt gehabt. Ein Ding verwarnt, ne, ich verwarne auch immer Dinge, ne, gehört sich so? Noch mal, mach ich das jetzt nicht. Wenn du dich bitte nicht dran hältst, dann muss ich eben andere Maßnahmen ausdehnen. Es tut mir leid, aber haltet euch doch bitte einfach daran. Das ist mal alles, das tut den ganzen Chat zu spammen und ich kann nicht lesen. Ja, Rainer, das stimmt. Aber die Aussage ist geil, die will ich noch mal haben. Ich kann nicht spammen und ich kann nicht lesen. Ja, Rainer, du kannst nicht lesen. So, mach ich mal so. Hört mal auf jetzt. Es ist halt, versteh mich nicht falsch, ich bin echt dankbar. Aber es ist halt für den Chat extrem unpraktisch. So, äh. Ja, Rainer, dann lass dir da was einfallen. Das ist dein Problem und nicht das von deinen Zuschauern. Du willst doch immer, dass sie dir Bahne raushauen, weil du sonst ja nicht online bleibst. Aber wenn sie es dann machen, dann ist es auch wieder falsch. Äh, der Drache darf keine schlechte Laune bekommen. Ich hab keine schlechte Laune. Es ist nur unpraktisch, weil ich dann die Leute wie euch jetzt überlese und ihr habt ja auch Geld dafür bezahlt, dass ich eure Chats lesen kann. Das Problem ist, wenn jemand... Ja, Rainer, so wie dir die Leute Geld bezahlen dafür, dass sie dir Geschenke schicken. Versteh einer diesen Typen, ganz ehrlich. Ich geb's auf. Wenn du spendest und so weiter, dann spammt mein Chat durch und dann komm ich nicht hinterher. Das machen die mit Absicht. Ja, ich weiß. Deswegen sag ich's ja. Leider, wie viel Uhr bist du geboren? Tja, wer weiß. Äh, natürlich machen die das, äh, gibt wieder Content auf YouTube. Genau. Lass dich nicht abklinken. Nee, mach ich nicht. Okay. Dann machen wir's eben so. Dann ist Ruhe. Okay. Oh, äh, die Laune ist drunter. Nö, nö, alles gut. Die Laune war neutral und jetzt wird sie mies. Neutrale Laune ist ja bei ihm gleichzusetzen mit, für uns, ich sag mal, guter Laune. Weil besser wird's bei Rainer einfach nicht. Äh, du kannst doch im Chat scrollen. Ja, ich kann scrollen. Das Problem ist, ich bin euch dann immer 100 Nachrichten hinterher. Das ist das Problem. Deswegen mach ich das ungern. Rainer, du bist evolutionstechnisch in einem normalen Menschen von heute auch. Bestimmt über 1000 Jahre hinterher. Könnt dich glatt drum wetten. So, äh, findest du das nicht unfair, äh, dass man 6 Euro zahlen, äh, Nein, ich finde das nicht unfair, weil kritische Fragen sorgen nur dafür, dass die Laune aggressiv wird und dass man sich angepisst fühlt. Stell halt einfach normale Fragen. Man muss doch nicht kritische Fragen stellen. Heißt, Kritik ist Mobbing. Das hat er uns jetzt quasi gesagt. Kritik ist Mobbing. Wer kritisiert, ist ein Hater. Ist ein böser Mobber, ist ein Krimineller. Das wollte er uns jetzt hier verkaufen. Man muss doch nicht immer alles kritisieren. Man kann doch einfach sich normal mit Ja, Rainer, dich kann man aber halt nur kritisieren, weil was Positives sucht man bei dir halt leider vergebens. Tut mir leid, aber ist so. So, Freya haut hier raus, ne, die Göttin. Freya war die Göttin der Liebe und Lustbarkeit, glaube ich, ne. Dankeschön. Und des Lebens, Rainer. Aber dass du das wieder weißt, ne, ist ja klar. Freya, du mir den Gefallen und wenn du das rausschickst, bitte möglichst einmal mehrere, mehrmals ein Geschenk, als immer einmal alle möglichen Geschenke, weil es spammt mir den Chat voll, dann kann ich die Nachrichten nicht mehr lesen. Dankeschön. Meckern auf hohem Niveau. Also Rainer beschwert sich jetzt schon darüber, dass er Geld bekommt. Der hat's Leben, glaube ich, durchgespielt. Dann bin ich fehl am Platz hier. Wie, du wirst fehl am Platz hier. Und den nächsten Zuschauer vergrault. Raini, du machst das gut, mach bitte weiter so. So, Mr. Mumpitz macht auch nur Einzelspenden. Mr. Mumpitz? Äh, die hilft die Werbung wohl auch nicht. Mr. Mumpitz hab ich noch gar nicht gesehen. Wer ist das? Muss man den kennen? Boah, Kalou, äh, Kalou, vielen, vielen lieben Dank. vielen, vielen lieben Dank. Haut hier raus, ne? Krass. Itachi, danke schön. Oder ist heute irgendein Event? Moment? Ne, ich glaube nicht, oder? Global All-Star, All-Star ist im Moment. So, mal sehen, wie sieht eigentlich, wie sieht eigentlich das Ranking aus? Boah, wir kommen, in das Rank kommen wir nicht rein. Ja, ja, das war mir schon fast klar, weil, das ist einfach mal ganz ehrlich, in was für ein Ranking willst du auch rein? Mich hätte interessiert, ob wir in die wöchentliche Rangliste kommen, äh, aber für die Rang, für die wöchentliche Rangliste brauchen wir 300, 4.000 Diamanten. Das schaffen wir nie im Leben. Ach, jetzt ist wieder die Rede von wir, ne, also, als es darum ging, dass du deinen Chat nicht lesen kannst, ich, 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 aber jetzt, wo es darum geht, ne, ja bitte spendet mir, ne, da heißt es dann wieder wir, Reini. Ich glaube, Rainer versucht, seine Zuschauer zu manipulieren. Matt, Dankeschön, und bitte tu mir den Gefallen, Matt, ich habe jetzt schon 15 Mal gesagt, lass das bitte, dass ihr nur eine Sache tausend, tausend Mal verschiedene Sachen schickt, sondern schickt bitte lieber gleich eine Sache mehrfach. Wenn das jetzt wiederholt weiter vorkommt, dann muss ich dich leider rausnehmen aus dem Stream, weil das kann nicht sein, du blockierst dir den ganzen Chat. Hanswurst, das gilt auch für dich. Bist mir jetzt auch schon mehrfach aufgefallen. Und das gilt auch für jeden anderen, ohne dass ich das jetzt extra nochmal sagen muss. Danke, Freya, dass du dich dran hältst. Wie gesagt, ihr könnt gerne Sachen schenken, das ist überhaupt kein Thema, freue ich mich drüber, auch über einzelne Sachen, aber wenn ihr immer nur einmal eins schickt und dann wieder was anderes und das immer hin und her, dass immer bloß eins angezeigt wird, dann werdet ihr hier permanent angezeigt und unten im Chat, der Chat spammt bei mir durch und dann kann ich den Chat nicht mehr lesen. so, hier kann sich keiner unterhalten wegen euch. Ja, genau, das nervt nämlich. So, wie geht's? Dankeschön, Samuel, Dankeschön, Marie, Dankeschön. Ganz ehrlich, wer beim Rainer sechs Euro für eine Mitgliedschaft bezahlt, um sich dann da im Chat mit jemand anders zu unterhalten, der hat auch komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Also das ist ja mal nun mehr als offensichtlich. X, Dankeschön, genau, deswegen bitte immer, wenn ihr Sachen schicken wollt, wie gesagt, richtig cool, wenn ihr mehrere Sachen schicken wollt, auch gerne, aber nicht mehrere Sachen immer einmal schicken, weil das ist störend. So, Marcel, Dankeschön. Oh, MX haut hier ein Schweinchen, äh, ein Schweinchen, sag ich schon, ein Fuchs raus und Aserno schickt mir hier ein T-Marts, vielen Dank. Ja, bin echt, äh, kein Galax, Galaxien und so mehr. Ja, bitte echt, kein Galaxien und so mehr. Äh, das ist echt störend. Die Galaxien und so weiter stören nicht. Was stört ist, wenn ihr hier einmal eine Sache in 100-facher Ausgabe schickt. Das ist störend. Wenn ihr zwischendurch mal eine Galaxie schickt oder so, ist das ja in Ordnung. Aber ich bezweifle, dass ihr 100-mal eine Galaxie schickt. Das bezweifle ich stark. Und darum geht's auch nicht. Es geht darum, dass ihr nicht 100-mal eine Sache schickt oder zwei Sachen immer im Abwechseln 1, 1, 1, 1, 1, weil das, äh, spammt mir hier den Chat durch, dass ich den Chat nicht mehr lesen kann. Ich muss den Chat die ganze Zeit pausieren und dann bin ich euch immer ewig hinterher und überlese viele Sachen. Rainer, erzähl uns mal was Neues, bitte. Oh, meine Güte. Der ist sich selbst fürs Betteln zu bequem. Es ist, wie es ist. Aber das ist unfair für die, die nicht auf Krieg dabei sein konnten. Ja, das ist mir natürlich bewusst, aber ich war heute Mittag auch schon mal hier auf TikTok online, ne? Und was heißt... Ja, Rainer, zu was für einer Uhrzeit. Ich sag mal so, der normale Mensch ist bis Mittags, Nachmittags irgendwann beschäftigt. Sei es jetzt durch Schule oder irgendwas oder durch Arbeiten. Das, was du halt natürlich nicht machst, du hast dann Zeit zum Streamen, aber nur die wenigsten haben dann Zeit, dir zuzugucken. Das ist ja unfair. Ich hab die letzten Tage so viel gestreamt, das hat ja nichts mit fair oder unfair zu tun. Das heute mit den vier Stunden war eine Ausnahme bei Kik. Das schaff ich morgen auch nicht. Ich hab mir heute sowieso die Zeit dafür einfach genommen. Hat wohl auch eine Warnung nicht. Ja. Machen wir's jetzt ganz einfach. Mir fallen jetzt noch mehr auf, die einfach eine Warnung nicht verstehen. Und weg mit den, die haben bezahlt, um sich diesen Stream anzugucken, die haben bezahlt, um reiner Geschenke zu schicken, die haben bezahlt, um eventuell in den Chat zu schreiben. Ja, und die werden jetzt einfach mal rausgehauen. Ich find's echt schade, dass ich das immer, dass ich's immer mit Gewalt durchziehen muss. Find ich echt schade, weil das müsste echt nicht sein. so. Es ist ja nicht böse gemeint. Ich möchte nur nicht die ganze Zeit den Chat überlesen, weil das ist unfair für die Leute, die gezahlt haben und im Chat mitlesen möchten. Ja, Rainer, dann such dir eine andere Streaming-Plattform. Dann ist TikTok nicht der richtige Ort für dich, wenn du deinen Chat lesen willst. Vor allem, wenn du Gebühren von 6 Euro da auch rauf erhebst. Dann ist es erst recht nicht die richtige Plattform für dich. Lass mich provozieren, Drache. Nee, keine Sorge. Was ist passiert? Ach. Es gibt ein paar vereinzelte Leute, die hier permanent nur eine Sache reinschicken und alle 5 Sekunden und das sorgt dafür, dass der Chat, weil ich sehe ja im Chat auch, was ihr schickt. Und wenn ich sehe, was ihr im Chat schickt und das immer durchspampt, ja, dann sehe ich halt nichts mehr. Ich bin der Meinung, das kann man auch irgendwie ausschalten. Glaube ich zumindest, dass das vielleicht geht. Unfair ist, dass wir keinen Discord mehr haben. Okay, jetzt reicht's. Wenn das alles so unfäh ist, warum bist du dann hier? Warum hast du überhaupt abonniert? Das frage ich mich tatsächlich auch. Warum abonniert man diesen Dreckskanal von Rainer? Selbst um zu trollen, warum macht man das? Verstehe ich nicht. Werde ich auch niemals verstehen. Ja, Ramon. Das finde ich auch nicht schön. So, jetzt reicht's mir. Jetzt muss es, ich muss mal wohl mit einem Machtwort sprechen. Ich sehe es schon kommen. Machtwort sprechen. Heißt bei Rainer, er bricht den Stream ab. So, das war's dann mal. Ja, das war's. Das war der Qualitätscontent von unserem Rainer, der es wert ist, dass man dafür 6 Euro im Monat zahlt. Herzlichen Glückwunsch. Aber ja, damit sind wir nun offiziell am Ende. Und ihr habt gesehen, jetzt auf das am Ende. So läuft sein Stream doch immer in letzter Zeit. Da lässt sich nichts Gescheites zu sagen. Ganz ehrlich. Aber damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei jedem von euch, der bis hierhin durchgehalten hat, der sich das ganze Video angeschaut hat. An die von euch, die vielleicht schon schlafen, ne? Gute Nacht und schlaft gut. Ja, ich wünsche euch wie natürlich immer eine wunderschöne Restwoche, ihr Lieben. Macht's gut. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Oder wenn ihr krank seid, Dann werdet wieder gesund. Das ist wichtig. Aber noch viel wichtiger ist, tut nichts, was der Rainer tut. Medal of. Das ist wichtig.